Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Sons of the Forest. Es ist Nacht, ich sage, wir schlafen mal kurz. Geht ja hier, klick, knack und zack, sind wir wieder da. Tag ist da, wir hacken kurz ein paar neue Bäume. Nicht wahr? Man sieht. Calvin zeigt irgendwas. Weiß noch nicht was. Alter, wie ich hier auch selber zur Seite gezuckt bin. Ist das schon wieder? Wieder so ein Mongo aus dem Kongo hier, oder was? Was soll das? Verpiss dich. Ab ins Wasser mit dir. So. Da geht's ab. Geil. Wir brauchen nochmal Wasser, denn ich habe Durst. Wie das Spiel mir gerade angezeigt hat. Mir ist durstig. Und ich müsste eigentlich auch schwimmen, um mal sauberer zu werden. Ich glaube, dass das zumindest so geht. Dann hole ich nochmal ein, zwei Äste, äh, Bäume wieder an Land. So. Da kommt wieder unser Kelly-Win und ich stelle da mal was hin. Calvin Bruder, du rennst hier fleißig weiter rum, ja? Er sieht leicht verwirrt aus, muss ich sagen. So bin ich jetzt mal ehrlich. So, Steine sieht da schon ganz voll aus hier, ne? Holz ist gerade zusammengekracht. Da hacke ich nochmal den wieder kaputt. Und nehme mir ganz kurz mal hier ein paar Stämme. Leg die mal da. Oh, hier liegen sie eigentlich auch schon ganz gut. So. Wie sieht das aus? Ich müsste eigentlich mal was essen, ne? Eigentlich. So. Weiter geht's hier natürlich. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie man hier so Türen reinmacht. Oh, was ist das denn? Jo, was ist das denn? Ich kann Plissaden bauen oder was? Geil! Hi! Das ist cool. Ist ja nicht los. Ach, er ist los. Sehr gute Calvin. Der Mann mit den tausend Memes. Hallo. Könnte ich bitte? Ah, okay, okay. Da geht's manchmal noch nicht so ganz, so wie es scheint hier. Dann müssen wir sie von der anderen Seite machen. Vielleicht sagt sich da das Spiel... Nee, Bruder. Oder ich muss weiter weg. Wie man es ja gerade jetzt gesehen hat. Hü? Ja. Sieht natürlich gut aus, ne? Das sieht wirklich gut aus, so. Aber, wir brauchen was zu essen. Und blutig. Girl. Ich hab hier nicht umsonst an so einem richtig großen See gebaut. Also, baue ich ja hier jetzt, ne? Das ist ja nicht umsonst. Ich hätte halt, ne Schildkröte. Guckt mal. Die ist tot. Oder nicht? Oder schwimmt die noch? Oh. Kann tauchen. Geil. Nee, die lebt noch. Die lebt noch, die Sau. Ja, ich hab ne Schildkröte gesehen. Wie geil ist das denn? Ne Schildkröte. Aber wir brauchen Fisch. Ne? Fisch. Deswegen hab ich eigentlich nur hier gebaut. Damit ich Fischkriege. Oder Och. Ich weiß nicht, wie sie einfach so richtig Felsen rennen. Diese kleinen Ratten. Da hinten ist schon wieder so ein komischer Mongo. Aus dem Kongo da. Jetzt darf ich nicht so oft sagen. Kann ja nichts für das, oder so ein bisschen, ne? Die Gegend hoppelt. Ah, meine Idee, die ich ja nun halt eine geniale Idee hatte. Mit dem Fische hier. Ähm. Ich seh keine Fische. Oben an dem Teich, wo wir gestartet sind. Da, wo wir abgestürzt sind mit dem Helikopter. Da. Da waren Fische. Hab ich aber direkt einen rausgezogen. Weil ich kann jetzt mich ja, genau, ich hab Hunger. Ich kann mich ja hier nicht nur von Blättern und Büschen ernähren. Oder von dem, was ich noch habe im Inventar. Ne? Ich muss ja mich ernähren. Also selber. Nicht wahr? Das geht ja sonst nicht, klar. Da ist ein Fisch. Scheiße. Ins Wasser gefallen. Hm. Da ist auch ein Fisch. Wie mach ich denn das jetzt? Am schlauesten. Werfe ich den Speer einfach? Ne. Hm. Glaub nicht. Werfen ist, glaub ich, nicht gut. Aber da gibt's ja keinen Quick-Slot. Muss ich nochmal gucken, ey. Hab ich nicht irgendwo eine Quick-Bar herbekommen, weil das ist ja ein bisschen doof, so. Das sind Steinfische. Das sind die ganz speziellen Steinfische. Das sind aber uncoole Viecher. Weil jetzt sollte ich mich ein bisschen mehr in der Hocke, da kommt schon wieder so einer, in der Hocke setzen und warten. Weil jetzt sollte ich den fressen. Jetzt sitze ich ja versuche Fische zu fangen. Mal gucken hier. Ist hier nicht irgendwas? Pflanzgefäß. Palle, hier, da. Fischreuse. Geil. Ich kann eine Fischreuse bauen. Aber warum an Land? Das ist doch Schwachsinn. Die müssen wir im Wasser bauen. Hm. Also würde ich jetzt noch behaupten, aber muss ich die nicht im Wasser bauen. Hier muss ich doch ins Wasser stellen, oder nicht? Oder habe ich so irgendwas falsch verstanden? Bei einer Fischreuse. Die ja für Fische ist. Abbrechen. Hier sind ja viele Fische. Oh, ich habe einen. Nein, nicht essen. Oh, nein. Er frisst ihn. Er ist wie eine Dumm. Er frisst einen rohen Fisch. Ich soll es kochen müssen. Calvin, wie sieht es aus? Läuft. Er hat seinen Spaß. Er tut was. Das ist gut. Okay, was sagt jetzt denn die... Okay, Gewitter. Gewitter ist nicht gut. Behaupte ich jetzt mal ganz doof. Ist hier gerade ein Vogel. Er kommt und bringt wieder Stecker. Bester Mann. Ich bräuchte mal so einen Unterstand. Eigentlich, ne? Jetzt sollte ich mal was bauen. So Unterstand. Technisches. Eigentlich hatte ich ja hier noch Holz. Wo ist das denn hin? Dank Calvin rollt das hier durch die Gegend, weil er so nicht durch die Gegend rennt. Was? Da hat es Mann. Aha. Okay. Er rennt ja schön. Er macht das. Er ist ein guter Mann. Kann ich bestimmt auch los schicken zum Holzhacken oder so. Also hier die, ne? Die dicken Äste. Entschuldigung. Aber ich muss erstmal wieder Holzhacken. Irgendwie sind meine Bäume weg. Los geht's. Hake ihn weg. Oh. Weggerannt. Das Gewitter ist echt, äh. Nass. Na komm. Hau ihn weg. Aua. Aua. Ich hab'n. Hä? Was ist denn der Dings hin? Mit dem Baum. Stamm. Keine Ahnung, wo der hin ist. Okay. So. Wo sind die jetzt alle hingerollt? Einer ist hier. Da drüben. Liegen noch welche? Das heißt, ich... Ich hab' den Vogel aus der Luft geknallt hier. Durch die Federn an. Ich... Hab' den Vogel in der Luft getroffen. Ja, Entschuldigung. Hör mal. Es fliegt denn der da auch lang. Ajo. Ich hab' einfach so gemacht. Wieder getroffen. Hier Federn. Sie fliegen weg. Nein, sie fliegen weg. Okay, also so kann man Vögel jagen. Geil. Zack. Kein Kommentar. Der Typ ist echt... ne Krachlatte. Was ist das hier? Ah. Wer bist du denn? Ist ja die schon wieder weg. Oh, was ist mit dir hier? Kennen sie sich jetzt... Neue Anleitungen im Inventar. Was hab' ich denn da? Neue Anleitungen im Inventar. Ja, was ist denn für eine? Da kommt schon wieder so ein Mongo aus dem Kongo. Oh, ein Speer. Schnell. Was gut hier im Wasser. Ja. Da schwimmst du, ne? Kannst du aber gar nicht schwimmen. Der ist gestorben. Weil er nicht schwimmen kann. Wer bist denn du jetzt? Hey. Ja, jetzt eigentlich die Gute. Aber warum? Speedy Gonzales. Okay. So. Wo ist jetzt hier noch mehr Baum? Hier ist noch ein Stamm. Da ist noch ein Stamm. Das wird alles so... Ja, ist schon wieder so einer. Kann ich den auch mit dem Baum in die Fresse hauen? Ich schmeiß mal kurz die Stämme hier rein. Weil da können sie nicht wegrollen, ne? Was ist denn das hier? Bäh! Yo, Alter! Der hat der, ne? Der hat sich da versteckt. Hier, da! Ne, das ist ein Stein. Wollte schon sagen. Jetzt kommen die hierher, oder was? So. Da. Zack. Geil. Und da vorne geht das bestimmt auch noch mal. Ja. Zack. Ja. Nicht brennen. Dann lege ich mal kurz weg den Baum. Starten hier. Bitte. Jawoll. Noch einen. Noch einen in die Fresse. Da geht noch einer rein. Ja, voll. Und da stecken wir nochmal zu. Und tot. Und weiter geht's. Ich hab keine Ausdauer mehr. Das ist das Problem. Ihr wollt doch was hier. Wollt ihr von mir? Geht weg. Hilfen. Da kommt wer. Ich helfe. Was ist noch wer? Was ist mit dir? Okay, jetzt reicht sie. Gut. Steck dich ab. Jawohl. Und nochmal nachstechen. Wegen der Sicherheit. Rein in den Kopf. Und nochmal. Calvin. Das ist nicht schön. Bruder, ich sag dir das. Sind die Dinger jetzt endlich voll? Sieht nicht so aus. Was machst du denn den ganzen Tag? Die sind schon nervig. Lassen wir mal gucken hier. Gehen wir ins Baumenü. Und das andere, bitte. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Feuer. Strukturen. Guck mal hier. Da kann ich was mit Schädeln machen. Kann ich hier. Und wo ist hier los? Raus. Menü. Weg. Was war das? Wo? Speer. Wo war der? Ich weiß es nicht. Woher hier? Ich schmeiße hier das Feuer. So. Wo ist er hin? Der brennt auf jeden Fall, oder? Ich hab doch gar was gesehen. Komm mal her, hier. Was hat denn der da? Was ist das denn? Lederbeutel-Collection. Ey. Was ist das? Wo ist der hier? Öffnen. Okay. Kann ich Sachen reintun, oder was? Oh, okay. Guck mal hier. Knochen. Ganz viel Knochen. Wie geil ist denn das? Darf ich jetzt ganz viel Knochen bekommen? Wo liegen die denn hier eigentlich? Ah, da. Ich hab einen Schädel bekommen. Geil. Das heißt, ich nehm den jetzt. Schmeiß den da ins Feuer. Guck mal, da reicht das schon. Ja. Da verbrennt der Hund. Und dann... Soll ich mal kurz Stöcker? Ah, rennt er. Jawohl. Und nochmal. Und in den Arsch. Und nochmal. Oh, ja. Das tut weh, ne? Brauchst du eigentlich wiederkommen. Blöde. So. Da ist schon wieder einer. Jetzt muss ich hier was machen. Mal kurz her. So ein Stock hier. So, hier. Guck mal. Hier ist schön. Stellen. So, Kopf. Drauf da. Fliegt weg. Okay. Hier noch mehr Knochen. Wo haben wir den Schädel? Das heißt, das mach ich hier jetzt auch. So. Aber diesmal stell ich mich andersrum hin. Dass die den Schädel auch sehen, die Arschlöcher. So. Vielleicht bringt das was. Da ist noch einer. Der hat auch eine Geldbäuerse dabei. Auch da drauf. So. Geht das steil hier. Jetzt wird ja alle verbrannt, ihr Säcke. Kann ich auch noch verstärkte Strukturen draus bauen. Okay. Können wir noch Steine drumrum legen jetzt. Weiß nicht, was das bringt. Vielleicht. Wenn ich da die Steine drumrum lege. Ähm. Zack. Zack. Äh. Hat das irgendwie andere. Ja, weiß ich nicht. Wie ich mir das jetzt vorstellen soll. Oh. Wollte ich mir zuschlagen. Das wollte ich nicht. Vielleicht stärker oder so. War in Ordnung. Müssen wir mal hier im Auge walten. Weg mit dem Ast. Braucht den Platz. So. Also hier regnet es jetzt nicht mehr. Das ist schon mal schön. Schon wieder so einer. Und vor allem auch mehrere. Vor allem ihr hässlichen Viecher. Seht ihr das nicht? Wie wir euch töten? Also ihr. Wir nicht. Sondern ich. Hilfe macht ja nichts. Der fault ja irgendwo rum. So. Hier. Da. Zack. Schädel. Da ist einer. Rauf da. Zack. Hier. Komm. Nehmen wir direkt die Steine, die hier liegen. So. Kevin, wie sieht's aus? Geht's? Oder ist das Gehirn langsam im Arsch? Aber egal. So. Wir gehen in den anderen Modus. Weil ich hätte da, glaube ich, etwas hier sehen. Nicht Baumhäuser. Ähm. Keine Möbel. Wackel könnte ich bauen, ja. Knochenlager. Das habe ich nämlich gesehen. Nein. Muss ja wieder hin. Knochenlager. Keine Möbel. Da sind tausend Steine hier. Wer ist denn er jetzt? Wer bist denn du? Bist euch. Was ist mit euch? Er ist ja schon wieder da. Müsst ihn kurz mal gerösten gehen. Oh, aufs Feuer. Pisst euch doch jetzt mal. Kommen die denn alle her? Müssen wir kurz hier Äste, Ästen, Ästen Martin und so. Stöcke reinlegen. So viele wie geht. Kann ich noch so ein Ding bauen? Hier kommt ja genug, hier kommt ja genug Kundschaft. Ich glaube, da kam schon wieder einer. Mit einem Stock, ey. Da. Oh, ne. Was ist mit ihr eigentlich? So, Stöcke. Äh, Knochen. Entschuldigung. Knochen. 15 Stück. Das ist richtig viele. Einlagern. Knochen. Da wird richtig hart hingeknocht. Kannst du dir nicht so mitnehmen? Knochen. Mehr. Noch mehr Knochen. Keine mehr. Da reicht er wohl auch. Den ganzen Kasten voll, wa? Keiner ist voll. Junge, Junge, Junge. Da kommt schon wieder einer. Ich krieg ein Rappel. Da pisst er euch. So. Oh, erledigt. Was ist denn mit den Leuten hier? Ich mach ja nix anderes als Viecher kloppen. Mal auf die Karte gucken. Muss ja mal was machen. Das grüne Ding da, da soll ich vielleicht auch mal hingehen. So, der brennt ab. Wenn wir uns mal ganz kurz gucken. Reparaturwerkzeug. Wie auch immer. Brauche ich erstmal nicht. Jetzt haben wir hier angefälligter Speer, angemachter Bogen. Da brauche ich einen Bogen. Aha. Okay. Das heißt, hieraus kann ich dann wahrscheinlich Pfeile machen, wa? Steinpfeile, ja. Den kleinen Steine hier. Hier Stück. Noch eine Feder. Hier können Stücke. Und zwei Stücke. Okay. Da haben wir wieder Knochen. Knochen of Doom. Weil da geht auch das ganze Skelett rein, ne? Hier wirklich fast jeden Knochen, den der Körper hat. Das ist schon cool. So, gucken wir mal gerade, dass wir mit Knochen machen können. Knochen liegen hier drüben, nicht wahr? So, Knochen. Was können wir damit machen? Ich kann mit Seil, also ich kann eine Knochenrüstung bauen. Okay. Mehr nicht. So. Mit Schädeln. Kann ich was machen? Eine Keule. Goll. Mal gucken. Packen wir das erstmal weg. Kurzer, 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 mal schauen wir mal hier, ne? Mal ganz kurz auf. Hey. Da läuft das. Ich hab's abgestochen. Oh, der Wurf war gut. Ey, du, hilf mir mal. Sire, ist weg. Wer bist denn du jetzt? Ja, ich will dir doch gar nichts tun. Wie rüste ich das denn aus? Also, lege ich das denn weg? Also, so. Ey. Ist weg. So, machen wir es nochmal anders hier. Wir haben ja gerade gesehen, unsere Stöcker haben die Jungs da bisher noch nicht wirklich interessiert, ne? Die wir da gebaut haben mit unseren Schädeln. Also, expandieren wir doch einfach mal hier. So. Und dann nehmen wir noch hier die Steine wieder. So, so und so. Ja, du bist eine Tänzerin. Das haben wir schon verstanden. Was ist mit ihr? Ist aber ein komisches Mädchen. Kommt denn jetzt der Baum da drüben her? Weiß ich noch nicht so genau. Ist mir jetzt aber auch ganz recht. Weil ich brauche ja eh welche. Wenn ich uns hier noch ein bisschen vergrößern möchte. So, Steine haben wir auf jeden Fall jetzt voll. Das ist schön. Dann hacke ich uns jetzt nochmal schnell ein, zwei Bäume hier weg. In dieser Folge. Weil die Zeit, die rennt ja, ne? Und die Ausdauer rennt auch. Die ist völlig im Arsch. Lebenspunkt ist noch nicht voll. Komm, äh, im Survivalen. Die Fliegenpilze, die hier neben mir stehen, die möchte ich nicht essen. Bin ich ja mal ganz ehrlich. Timber! Yep. Den hauen wir einfach rum. Kein Ding. Oh! 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 Was ist da passiert? Wir hängen hier in irgendeinem Lager. Und was hier abgeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bedankt mich fürs Zusehen. Das war eine weitere Folge von Sons of the Forest. H2. Würde mich sehr über Likes, Abos und Abonnenten freuen, ne? Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!